Hey Mann, bist du Schattenspieler? Hast du die Wabe? Ja klar, hast du die Kohle? Ja, ja. Hey, da fehlt ein. Du meinst den hier? Ja, ja, geh mal her. Hast du die Kohle? Bist du safe? Ja klar, von wem willst du sonst den Stoff kriegen? Pass auf, die will jeder haben. Ja, das war ein kleiner Sketch über die Würfel. Hier seht ihr nochmal alle schön im Licht. Ich finde, die sehen schon ziemlich nice aus. Und falls ihr euch fragt, wie bekommt man diese Würfel eigentlich und gibt es die noch? Naja, wenn man sich bei einer YCS früher anmeldet, bekommt man immer kleine Extras. Die YCS selber ist ja am Samstag und am Sonntag. Und auch Freitags kann man sich halt schon voranmelden. Und falls man dies tut, dann bekommt man halt eben kleine Extras. Wie zum Beispiel diese Würfel. Und falls ihr euch jetzt fragt, kann man diese Würfel immer noch kriegen? Oder gibt es jetzt halt andere Würfel oder ähnliches? Da schaut am besten mal bei Cardjourners vorbei. Er hat auch ein Video zu dem Thema gemacht. Und ja, erklärt im Detail, wann es diese Würfel gab und was es aktuell gibt. Also, schaut bei Cardjourners vorbei und bis dann! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.